Das Kemula-Autodrom bei Helsinki sieht drei Wochen später den siebten Lauf der Interserie 72. Für die 25.000 Zuschauer gibt es nur einen Favoriten, Leo Kinnunen-Finner. Bei nicht gerade idealem Rennwetter können zunächst Hauden Gänli mit dem BRM, gefolgt von Helmut Kellerners, auf McLaren die Führung übernehmen. Kinnunen-Finner Wie richtig diese Entscheidung ist, zeigt sich jetzt auf der abgetrockneten Piste. In diesem Augenblick geht er in Führung. Ein letzter verzweifelter Angriff von Hauden Gänli wird pariert und durchs Ziel. Beim Start zum zweiten Durchgang regnet es in Strömen. Eingehüllt in riesige Gischtwolken jagt die Meute durch das Außenprobe. Jetzt zeigt Leo Kinnunen, wer Herr im Hause Kemula ist. Wediglich Hauden Gänli und Willi Kausen können noch mithalten. Wenig später kann Willi Kausen auf Platz 2 vorrücken. Ein Defekt an der Wasserpumpe lässt den BRM von Gänli weit zurückfallen. Dieses Bild täuscht. Leo Kinnunen auf dem Turbo Porsche gewinnt mit Rundenvorsprung diesen Lauf der Interserie vor Willi Kausen und dem Engländer Christa. Kinnunen übernimmt damit erstmals mit 96.000 Schweizer Frank im Preisgeld die Führung im Gesamtklassemarkt.